Und schließlich wir sind im Teil 3. Hier braucht man Informationen. Sie können von einem anderen Mann Informationen bieten. Ich gebe ein Beispiel mit meiner Karte. Bitte gehen Sie in die Post. Okay. Wir sind dran. Spielen Sie Gitarre? Kein Problem. Das mache ich. Also, bitte kauf mir eine Jacke. Kein Problem. Bitte geben Sie deine Hand. Oh, hier bitte. Danke. Ich bin hungrig. Bitte bring mir Tee. Ja. Ich bringe deine Tee. Danke. Danke schön. Bitte. Kaufen Sie einen Geldschreiber? Oh. Ich habe kein Geld. Kein Problem. Sehr gut. Das ist doch das Ende von Sprechen. Na gut. Tschüss. Ich bin hier Punkt. Vielen Dank.